Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau. Ich sollte eigentlich jetzt in dem Hauptfilm wieder mal mehr so auf der satirischen Schiene ablaufen. Ich glaube, einen Beitrag habe ich drin. Aber nein, das hat alles jetzt nicht so viel hergegeben für Satire. Ich habe mich jetzt hier für dieses Bildchen entschieden, neben den besagten alten weißen Männern, die seit langer Zeit in der Kritik stehen und gedisst werden, geht es nun gegen den besten Freund des Menschen, sprich den Hund, der ja wirklich auch ein absoluter Klimakiller ist. Und natürlich alle Menschen, die einen Hund haben, sich einen halten oder anschaffen wollen, versündigen sich natürlich auch permanent, die einen schon haben, sowieso, die sich einen anschaffen wollen. Ja, okay. Darum geht es, aber nicht nur darum, sondern ihr wisst ja, in vielen anderen Bereichen versuche ich ja auch zu informieren. Allerdings nicht aus meiner jetzt unbedingt investigativen Recherche, sondern hauptsächlich youwatch. Auf 1info und ansage.org könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Beatshoot, Odyssee oder Rumble und die sich dann eben ihre Wunschplattform aussuchen. Wenn ich es dann auch nochmal irgendwann hochgeladen bekomme. In dem Sinne, hoffentlich bis gleich. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.